Fangen wir mal an hier mit der Fußstütze. Die kann man natürlich hoch und runter klappen, keine Frage. Also ich fand es besonders für Klärchen richtig cool, als sie noch klein war und die Beine hier noch nicht rüber hingen, beziehungsweise das ist sie immer noch. Dann kann man das nämlich so machen und die Kinder haben vorne nochmal eine Ablagefläche. Wenn die Kinder dann aber später größer werden, kann man natürlich dieses Fußteil hier runterklappen. Hier ist nochmal ein schmutzabweisender Kunstledereinsatz, wo die Kinder die Füße draufstellen können und es gibt die Möglichkeit hier hinten über zwei Knöpfe das Fußteil nochmal zu verlängern.